ja moin heute ist immer ein Karchezako hier bei Lokau und hier ist eine D-Vend D4 hat sie verabschiedet und dasselbe ist schon mal irgendwo anders passiert ja schon heftig komplett abgestürzt extra hier reinfahren das sind ungefähr 80 bis 86 Kilometer von mir so sieht es aus voll auf die Steine geknallt der Flügel hat sich hier verabschiedet ist noch mal da gebrochen wahnsinn übel übel das war mal eine D4 die andere dreht sich noch 600 kW hatte die jetzt nicht mehr einmal Schrott wahnsinn guck mal wie Sönden aussieht schön zerknorkelt alles hier sieht man es wow richtig ja drohne habe ich auch mit hier kann man von oben filmen dann das sieht aus ey das Video werde ich heute Abend hochladen das ist dann ja ganz frisch ja so sieht es aus hier umgeknickt krass heftig guck dir das an der Generator alles zerschmettert wahnsinn scheiß die Wand an naja ich mach wieder runter hier da kannst du schön rin gucken da kannst du schön rin gucken da kannst du schön rin gucken da kannst du auf die Flügel hoch und dann geht das schön rausgerissen schön rausgerissen ja ja heftig ja so sieht es aus hier ne die Bolzen hat es rausgerissen kann man sehen die wird in überdrehzahl gegangen sind und dann der Turm verdreht und dann schätze ich mal so wahnsinn heftig ey dann ist sie hier auch auseinandergerissen ja hier sieht man es auch wahnsinn zu geblieben da gibt es nicht drin sein möchtet äh äh möchtet also ich hätte hier nicht drin sein wollen wo das passiert ist das hätte sie nicht überlebt das hätte sie nicht überlebt richtig schön rausgerissen die Teile wahnsinn echt so in die wald so ich gehe hier mal durch den busch aua es ist aufs tor drauf geknallt das tor ist auch sehr massiv wahnsinn hier ist ja eingeknickt wie butter das ist so massiver stahl guck dir das an das hätte ich ja nicht mal gesehen wie die abgeschmiert ist auch den krater den sie hier hauen hat wegen den ganzen teilen herum hier aber wo das mache ich vielleicht kann man mit das runterfliegen hier stufig stufig hier stufig hier so ich mache das die 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.